Im Mondlicht von Melina Malfoy Rose Weasley schlenderte noch spätabends vom Gryffindor-Gemeinschaftsraum aus durch die Gänge von Hogwarts jeden Tag in der Schule. Eins war nur anders. Es drängelten sich keine Schüler durch die engen Gänge und ratschten über dies und jenes, bis sie in ihren Gemeinschaftsraum waren. Es war still. Zu still für Hogwarts. Rose hörte nur ihre eigenen Schritte in Richtung Bibliothek laufen. Sie hatte nicht gedacht, dass so viele Schüler nach Hause fahren würden. Eigentlich ist es klar, dass jeder über die Weihnachtstage vor allem heute an Heiligabend bei seiner Familie sein möchte. Sie allerdings nicht. Sie mochte Weihnachten, die Gerüche nach Zimt und Anis, die fröhliche Stimmung und das Beisammensein von Familie und Freunden. Nur dieses Jahr war es anders. Ihre Eltern waren nicht zu Hause, auch über Weihnachten nicht, da ihre Mom einen wichtigen Termin mit dem MACUSA in New York hat und sie mit ihrem Dad die ganze Woche dort bleiben muss. Sie verfluchte diese ganze Ministerposition ihrer Mutter schon immer, weil sie noch weniger Zeit für sie und ihren Bruder Hugo hatte als vorher. Von ihrem Bruder Hugo wollte sie jetzt erst recht nicht sprechen. Im Moment verhielt er sich richtig komisch zu ihr, dass sie ihn am liebsten in einen Flubberwurm verwandeln wollte. Er ist mit Lily und Albus Potter, ihre Cousinen und ihr Cousin, zu Tante Ginny und Onkel Harry gereist, die mit ihnen heute und die nächsten zwei Tage im Fuchsbau bei ihrer Grandma Molly, Grandpa Arthur und ihren anderen Verwandten feiern. Tante Ginny hatte sie ein paar Mal überreden wollen, aber sie wollte nicht. Sie hatte noch so viel für die Schule zu tun, was ihr Cousin Albus einfach nur verdrängen wollte und sie darstellte, als ob sie mal wieder übertrieb. Außerdem wollte sie wegen ihren Eltern nicht mit zum Fuchsbau. Ohne sie ist kein richtiges Weihnachten. Dann kann sie auch gleich in Hogwarts bleiben. Ganz in Gedanken versunken erreichte sie die Bibliothek und steuerte zugleich ihre Lieblingsabteilung an. Die Zaubertrankabteilung. Doch dort war sie nicht allein. Noch nachdenkend, wie Albus die ganze Aufgabe nach den Fähren erledigen wollte, knallte sie gegen etwas, was sie ins Schwanken brachte und sie zu Boden fiel. Sie war nur nicht etwas, sie war nur nicht etwas, nee, es war nur nicht etwas, sondern jemand. Sie sah direkt in seine blauen, grauen Augen, die wie ein Schneesturm auf Rose wirkten. Sie konnte aus einem unsäglichen Grund nicht in eine andere Richtung schauen, nur in seine wunderschönen blau-grauen Augen, die sie warm ansahen. Er sah in ihre schokoladenbraunen Augen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Nach gefühlten drei Stunden, die sie sich in die Augen geschaut haben, räusperte Scorpius sich kurz und brachte so Rosie wieder ins hier und jetzt. Peinlich berührt saßen sie beide auf dem Boden der Bibliothek und sahen sich an, woraufhin sie beide lachen mussten, da dies nun nur ihnen passieren konnte. Rose ignorierte Scorpius seit Anfang des dritten Schuljahres nicht mehr und hatte sich mit ihm angefreundet. Sie wollte nicht mehr auf den Rat ihres Dads hören und Scorpius ignorieren, nur da dieser ein Malfoy war. Dazu kam noch, dass Scorp seit dem ersten Schultag Albus bester Freund war. Ist alles okay bei dir? kam es Tarkat vom Slytherin neben ihr, dem man anmerken konnte, dass er sich Sorgen um sie machte. Ja, alles okay. Ich grübel nur nach, dann passiert mir sowas öfters, antwortete Rose mit einem leichten Lächeln auf den Lippen, was er erwiderte. Rose bekam schon wieder dieses warme Gefühl in seiner Nähe, das sie in letzter Zeit immer hatte und glaubte, einen leichten Duft von Zimt und altem Pergament zu riechen. Sie dachte abermals viel zu viel nach und erwachte erst wieder aus ihrer Trance, als Scorp etwas fragte. Ähm, Entschuldigung, bin die ganze Zeit in Gedanken versunken. Was hast du gefragt? Entschuldigte sie sich bei ihm und verdeckte ihre roten Wangen gekonnt mit ihren ebenfalls rot gelockten Haaren, dass ihm die Röte in ihrem Gesicht nicht auffallen konnte. Ich wollte nur wissen, was dich in deinen Gedanken so fesselt, dass du deine Umgebung vergisst. Sein Lächeln übertrug sich auf Roses Gesicht und sie konnte nur leicht den Kopf schütteln, bis sie ihm schließlich die Antwort auf seine Frage gab. Ich, mir ist aufgefallen, wie leer die Gänge sind und ich habe im Ernst darüber nachgedacht, bis mir eingefallen ist, dass das Weihnachten ist. Im Anschluss auf diese recht geniale Erkenntnis ist mir meine Familie in den Sinn gekommen. Darüber habe ich nachgedacht, bis das hier passiert ist. Beide lachten bei diesen Worten, bis schließlich Scorpius wieder zu reden begann. Warum bist du nicht bei deiner Familie? Meine Eltern sind nicht da. Sie sind in New York, weil Mom einen wichtigen Termin mit der Marcuse hat. Und naja, ohne sie ist es für mich kein richtiges Weihnachten. Dann kann ich auch hier bleiben und meine Aufgaben machen. Außerdem ist unser letztes Jahr auf Hogwarts. Daher auch unser letztes Weihnachten hier. Und man kann auch positive Sachen daraus ziehen. Warum bist du hier? fragte Rose gleich im Anschluss. Allerdings hatte sie sich in diesem Moment schon innerlich geohrfeigt, da sie eine leichte Vorahnung hatte, was seine Antwort ist. Sie beobachtete, wie er reagierte. Gleich darauf hatte sie sich innerlich verprügelt, da er gequält aussah, sich seine wasserstoffblonden Haare raufte und um eine Antwort rang. Als er nicht antwortete, nur aufstand und seine Bücher wieder ins Regal stellte, stand Rose ebenfalls auf und wollte vom Thema ablenken. Doch er begann zu reden. Wegen meiner Mom kam es leise und mit einem traurigen Unterton von ihm, was Rosie auf einem Schlag traurig machte. Er hatte seine Mom am Anfang des dritten Schuljahres verloren und mit niemandem außer Al darüber geredet. Nach einer kurzen Stille jedoch brach er sie wieder und fuhr fort. Rose war von seinen emotionalen Worten ergriffen, sodass sie sich einfach in seine Arme warf und ihn festhielt. Nach einem kurzen Moment hatte sie erst gemerkt, dass sie sich umarmten, was sie zuvor noch nie gemacht hatten. Es war ihr aber egal. Sie wusste, es war richtig, denn sie genoss die Umarmung und Scorpius anscheinend auch, der diese erwiderte, indem er sie mit seinen Armen ebenfalls festdrückte. Das warme Gefühl von eben verstärkte sich auf einmal, woraufhin sie sich ganz bei ihm gehen ließ. Nach ein paar Minuten, in denen sie nur die Umarmung des anderen erwiderten, löste Rose sich leicht und sagte, ich zeig dir etwas. Er folgte ihr, ohne darüber richtig nachgedacht zu haben, was sie damit meinen könnte, aus der Bibliothek hinaus, in den siebten Stock, über die Wendeltreppe auf die Plattform des Astronomie-Turms. Scorp fragte sich, was sie hier tun wollte, da es nichts großartig Spannendes auf dem Astronomie-Turm gab, außer die großartige Aussicht auf das Schlossgelände, das Verschneid im Mondlicht glitzerte. Er hatte gar nicht gemerkt, dass Rosie kurz verschwunden war, da die schneebedeckte Landschaft ihn in den Bann zog. Das sind aber zwei verträumte Nasen, du. Auf einmal spürte er etwas auf seiner Schulter und drehte sich um. Rose stand mit zwei Knuddelmuffs auf dem Arm, einen auf ihrer Schulter und einen auf ihrem Kopf da und lachte. Sie lachte die ganze Zeit, sodass er auch mitlachen musste, bis er merkte, warum sie überhaupt aus vollem Herzen lachte. Nicht nur sie, sondern auch er hatte zwei Knuddelmuffs auf dem Kopf und einen auf der Schulter. Ist das, was du mir zeigen wolltest? fragte Scorp lachend, da sie sich immer noch nicht eingekriegt hatten. Rose bekam nur ein Ja heraus, da die Knuddelmuffs wild an ihnen herumtonten und hin und her sprangen. Rose fühlte sich besser, da sie Scorpius nach der bescheuerten Frage in der Bibliothek wieder zum Lachen brachte. Sie hatte die Knuddelmuffs nach der letzten Astronomiestunde in einem kleinen, verwinkelten Abstellraum um die Ecke in einem Nest gefunden und öfters nachgeguckt, ob es ihnen gut geht. Sie sah Scorpius an und musste feststellen, dass er recht gut aussah mit seinen etwas längeren, verstobelten, wasserstoffblonden Haaren und seinen blaugrauen Augen. Vor allem, wenn er lachte, wirkte es noch besser. Rose wusste nicht, wieso ihr das jetzt alles einfiel. Um mehr darüber nachzudenken, brachte sie ihre Knuddelmuffs wieder in ihr Nest. Jedoch bemerkte sie nicht, dass Scorpius gleich hinter ihr war. Ihre Umgebung auf stumm geschaltet, drehte sie sich um, als sie wieder einmal in seinen Armen landete. Die restlichen Knuddelmuffs machten sich wie von selbst in ihr Nest. Die beiden anderen blickten sich an. Das Mondlicht schien leicht in den kleinen, dunklen Raum, sodass sie sich doch die... Sind sie nicht auf dem Astronomieton? Sodass sie sich doch noch leicht sehen konnten. Es war still um sie herum, bis Scorpius nur ein leises... Danke, flüsterte. Für was? fragte Rose ihn, da sie in ihrem Kopf zu durcheinander war. Danke dafür, dass du Weihnachten doch noch so schön gemacht hast. Rose lächelte und musste wegsehen, da sie merkte, dass die Röte in ihr wieder aufstieg. Deswegen? Deswegen möchte ich dir auch noch etwas schenken, kam es zaghaft von Slytherin vor ihr. Verwundert sah sie wieder zu ihm hoch, doch das nächste, was sie spürte, waren seine weichen Lippen auf ihren. Das warme Gefühl aus der Bibliothek und der Geruch nach Zimt und altem Pergament kam zurück. Jetzt wusste sie, was es bedeutete. Sie war in Scorpius verliebt. Und er anscheinend auch in sie, sonst würde er sie wahrscheinlich nicht küssen. Er war nicht der Typ, der Frauen nur zum Spaß um den Finger wickelte. Es war die richtige Entscheidung, in Hogwarts zu bleiben, denn sie hatte auch ohne ihre Eltern und Verwandten ein schönes Weihnachten und hoffentlich mit dem Mann vor ihr noch viele, viele mehr. Eine schöne Weihnachtsgeschichte.